In dieser Show ist der Frau, ich bin von ihm hoch. Ja, von ihm rein oder whatever. Max, genauso würde das auch noch so tun. Weißt du, Yvonne und ich, wir sind vielleicht nicht körperlich die Größten, aber wir sind die Größten, wenn es darum geht, die Stärkung zu machen für jemanden, den wir wirklich in ihrem Team haben wollen. Ja! Vielen Dank.